Tuff Run 2016 Der härteste Cross-Country-Lauf der Welt Nur die allerhärtesten, die über herausragende physische Voraussetzungen verfügen Und auch psychologisch in der Lage sind, den Anforderungen standzuhalten Überleben den Tuff Run 2016 hier im Pressebereich Hallo, ich muss akkreditiert sein Star-Szene Also, wir sind jetzt hier bei unserem Team Und das hier ist der Flo, der ist unser Teamleiter Hi Flo, kannst du kurz mal unsere Crew hier vorstellen? Jawohl, also ich fange mal bei mir an Ich bin Flo, das ist Maurice Marc, unser Multitalent Tobi, den kenne ich kaum Das ist die Anja Ich würde sagen, Anja ist so der Käpt'n der Frauen Das ist Lisa Lisa, hallo, ja Das ist Verena Und die, die da gerade wegrennt, das ist Lelin Wie habt ihr euch vorbereitet auf den Lauf? Gar nicht, ja wenig Ich habe super viel Spaß gehabt Hast du es ja rein, nicht? Nein, ich weiß, wie in den Dreck Okay, los geht's Los, los, los Los, los! Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Ja, wir müssen mit der Aboyen Ja, wir müssen mit der Aboyen Ja, wir müssen mit der Aboyen Wuhu! Was war das coolste Hindernis? Äh, ich würde sagen, äh... Das zweite, die Matschgrube Die Matschgrube, ja Nächstes Jahr nochmal dabei? Nächstes Jahr nochmal dabei? Ja, auf jeden Fall! Sicher! Okay, dann viel Spaß beim Bier Ich geh jetzt nach Hause, mir regnet es hier zu viel Ja, wir müssen mit der Aboyen Ja, wir müssen mit der Aboyen Ja, wir müssen mit der Aboyen